Was wäre Ihre Schlagzeile von morgen, wenn Sie sich aussuchen dürften, Herr Gabriel? Ich würde vorschlagen, bye bye home office, weil sich die Mehrheit der Deutschen die Rückkehr ins Büro wünscht, wie ich heute gelesen habe. Herr Bosbach, Ihre Bildschlagzeile von morgen? Erstmals mehr Corona-Experten als Infizierte. Es ist ja unfassbar, wie viele Menschen sich zu Wort melden zum Thema Corona, die alles ganz genau wissen, vor allen Dingen, was die Politik für Fehler gemacht hat. Also mit diesen vielen Corona-Experten, ob im oder außerhalb des Homeoffice wollen wir schließen. Vielen Dank für Ihre Zeit, ein schönes Wochenende und bis nächste Woche beim Klartext.